Und damit meine Lieben, sag ich herzlich willkommen zurück zu Christina, zur Christina Mission. Und zwar befindet die sich hier, das ist die letzte Mission, die ich noch bringen werde zur Assassin's Creed Brotherhood. Und dann ist dieses Projekt auch abgeschlossen. Und die Dame steht hier. Ja. Wie wäre es mit der da? Oh, sie ist hübsch. Gut, dann geh und sprich mit ihr. Einfach so? Worüber denn? Das ist egal. Weißt du, kleiner Bruder, die meisten Männer haben Angst vor schönen Frauen. Wenn du dich traust, mit ihnen zu sprechen, hast du einen Vorteil. Du musst nur improvisieren. Ein Rückblick. Was? Was? Warum steht ihr so da? Oh, ähm, weil ich, ich wollte euch fragen, was, wie lautet euer Name? Oh, ihr werdet ihn eh nie benutzen dürfen. Aspeta, ich war noch nicht bereit. Ich wollte wirklich charmant sein. Und lustig. Bekomme ich eine zweite Chance. Naja. Ätio, noch ist nicht alles verloren. Sie hat dich angelächelt. Sie wird sich an dich erinnern. Nein, ich kann das noch schaffen. Ich folge ihr und finde raus, wo sie wohnt. Eine zweite Chance. Christina folgen, um ihre Aufmerksamkeit zurückzugewinnen. Was macht er denn da? Ich kann das so, wie die Leute auswählen. Das war's für heute. Buona sera. Buona sera. Hinten anstellen. Ich glaube nicht, Amore mio. Ich werde nicht mehr länger darauf warten, dass du deine Beine freiwillig spreizt. Du räudiger Köter! Was willst du hier? Das hat nichts mit dir zu tun. Auch dir einen schönen Abend, Fieri. Ich glaube, die junge Dame fühlt sich belästigt. Du wirst für die Einmischung bezahlen. Deine ganze Familie! Vielen Dank. Es war sehr nett von euch. Geht es euch gut? Jetzt ja. Ihr hattet nach meinem Namen gefragt. Ich bin Christina. Ich habe ihn auch nie so grinsen sehen. Oh, das ist ja cool. Zweite Chance. Trophäe erhalten. Äh, Trophäe sei schon. Oh mein Gott. Nebenquest beendet. Trophäe erhalten. Nein, Leute. Stopp. Es gab keine Trophäe. Es gab keine Trophäe, ne? Wenn sich jetzt irgendwer beschwert, es gab keine Trophäe. Ich korrigiere mich. Neue Erinnerung, Aston und Christina verfügbar. Also es gibt jetzt anscheinend... Oh lol, die sind beide nebeneinander. Die von Leonardo und von ihr. Ja, das war dann die offizielle letzte Folge von Assassin's Creed Brotherhood. Ihr habt dann von allen Nebendingern, habt ihr jetzt zumindest eine Folge gesehen. Einmal gezeigt, was euch da dann erwartet. Die Templar-Agenten haben wir durch. Ein Templar-Versteck haben wir gemacht. Eine Quest jetzt von Christina. Eine wiederhergestellte Da Vinci's Verschwinden. Ja. Das war's eigentlich, ne? Dann sind wir mit dem Ganzen durch. Ich werde das Spiel nicht runterlöschen, da ich's drauf behalten muss, damit ich euch die Revelations Collection zeigen kann. Also das Revelations Spiel. Weil's sich hier um die komplette Ancier Collection handelt, die ich mir damals geholt hab. Ähm... Und... Ja. Dann bedanke ich mich recht herzlich, dass ihr dabei wart. Dass ihr alle Folgen geguckt habt. Bis hierher. Und lasst euch überraschen, was das nächste Projekt ist. Ich weiß es bis hier an dieser Stelle immer noch nicht, ne? Ich hab dieses Spiel... Heute ist der 19. Dezember 2022. Also wisst ihr, wann ich die Folge aufgenommen hab. Und wann ich das Spiel offiziell beendet hab. Ne? Am 19. 19. 12. 22. Haben wir das Projekt beendet. Und... Ich weiß gar nicht, der wievielte des März, April das jetzt hier ist. Ähm... Aber ich werde bestimmt bis ungefähr Januar, Februar, so in dem Drehraum, werde ich dann auf jeden Fall bis dahin wahrscheinlich wieder ein neues Projekt wissen. Worauf ich denn vielleicht auch grad aktuell extrem viel Bock hab. Dann zieh ich das Ding wieder komplett durch. Ähm... Ja. Dann bedanke ich mich recht herzlich, wie gesagt, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch hat das Assassin's Creed Projekt bis hierhin gefallen. Das Brotherhood Projekt. Und... Bleib dran, bleib gespannt, was als nächstes folgen wird. Bis dahin sag ich ciao, ciao und bis denne.